so und damit alle leute was geht ab jetzt hier kommt zu einem jungen mit dem mann da tschuldigung ja wir sind eigentlich nicht auf den Weg zu Martins End Aber ist er gut angegriffen von irgendwelchen Dritten Jetzt müssen wir uns erstmal durchschlagen Eine Flitter So Jetzt haben wir die erste Truhe von 5 Ich hab's Ich hab einen Weg gefunden Da sind alte Lüftungsschächte Die führen direkt in die Tunnel Direkt vor dir Okay, gut Ein bisschen nervt als ich teilweise echt ruckelt Ein bisschen nervt als ich teilweise echt ruckelt Ich hab zwei Aha Einmal drei Zwei 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 Warum ruckelt das denn so meine Fresse Na H którzy Zwei dann ein paar leute nächste truhe die noch mal 4 Das war's für heute. ja aber auch willkommen jetzt rein wir müssen etwas drauf fallen lassen etwas großes ja 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 Pass auf. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020